so wird zeit dass ich mal endlich den gewinner zu er sich aber echt heute hochbetrieb deswegen kommt es jetzt erst so so kommt die stunde der wahrheit dann muss ich mal den ersten so den ersten habe ich gezogen das ist 801 ist der gewinner so jetzt nummer zwei natürlich das ganze wird auch noch mal gemischt sei gesagt so den nächsten das ist zu auffällig so dann ach da sind zwei in einem das ist natürlich nicht gut so bin nämlich denn jetzt ich nehme den so gewonnen hat ende 2649 ich weiß nicht warum das dahinter steht entweder hat youtube jetzt die duplikator an so dass jetzt auf einmal die 269 dahinter ist oder ihr habt eure namen geändert und ich weiß davon nichts sorry an der stelle so vielen dank fürs mitmachen dann bis zum nächsten mal nächstes mal kommt sowieso noch mal aus gesehen fncs aura kommt da noch mal da wird auch noch ein neues gewinnspiel kommen so 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 so